Lauf! 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 Genau eins zu früh Und weiter Es ist immer wieder schön hier zurückzukehren Potatoes grown Ja im Moment brauche ich kein Obst und Gemüse Ich bin jetzt in der Massephase Ich setze jetzt auf Fleisch Auf Eiweiße Obwohl das für sich völlig irrsinnig ist Aber egal So Komm Lauf weiter Ah in der nächsten Zeit Will ich mir halt auch Ein bisschen An meiner Rüstung arbeiten Denn die ist nicht so wirklich das wahre Scheiße Das war glaube ich etwas viel Und Oxidian Farm dauert immer noch ziemlich lange Das fällt genau da rein wo ich es haben wollte Natürlich So erstmal unter mir gucken Gut Das bedeutet Einmal etwas zubauen Das ist hier Hier ist auch alles voll Schön Das bedeutet Wenn ich jetzt hier farme Hoffe ich Dass da nichts rausfällt Ja Ja Vielleicht sollte ich hier ein paar Fackeln aufstellen Dafür Dass Jetzt Ach da hinten habe ich auch schon Oxidian eingebaut Oh Mist Na ja zumindest ist hier ein großer See Da kann man ruhig etwas zu Oxidian machen Gut Wie mache ich jetzt das? So Und weiter Ob sie denn fahren Schön Gib mir dein Obsidian Sollte ich da nicht reinfallen Schade Das ist verbrannt Aber es Geht noch So wie viel Ob sie denn ich brauche Weiß ich jetzt gerade Nicht Ich nehme mal 10 so mit Schaffe Das reicht Für ein bisschen Von diesem komischen Zeug Dessen Namen ich nicht aussprechen kann Weil ich jetzt nicht weiß Wie es heißt So Das reicht fürs erste Hier unten ist noch 10 Das lassen wir jetzt mal in Ruhe Hm 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 So Spring 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 Okay Unser Helm ist bei dem nächsten Angriff kaputt Das ist eine ganz erfreuliche Nachricht Unsere Schuhe und so weiter machen es auch nicht mehr lang mit Also sollte ich jetzt aufpassen Was ja sehr Einfach ist Und schon ist mein Helm kaputt Komm Noch 200 Meter Ich kriege es hin Ich kriege es hin Ich kriege es hin Ich kriege es hin Ja ich möchte einfach nur nach hause mehr nicht also lauf und hör nicht aufzulaufen dann möchte ich einfach nur ins bett wie an so manchen tagen so die kann weg die kann wieder weg die kann nicht wohl die nämlich einfach mal mit falls ich mal was brauche solche ist vielleicht dann nehmen so und jetzt haben wir unser schönes buch wo liegt das da ich kann ich das ding wieder einschmelzen wie ging das rezept das gucke ich mir jetzt ganz genau an denn so fünf aluminium zwei iron und ich habe kein aluminium obsidian das ist mit kobalt und adite denn ich habe mir gerade eben bronze gemacht oder aluminium brass da ferris indium da das habe ich mir gerade gemacht 5 aluminium wie ging es weiter zwei iron und zwei obsidian gut iron da und zwei obsidian gut mal gucken ob das geht an zwei molten ingots das ist doch schon mal schön direkt wieder hier rein machen und ihr kommt wieder weg so und jetzt mal gucken ob das ding auch obsidian schmilzt schmilzt und ja so und es wird jetzt zwar ziemlich lange dauern aber mal gucken ich bin sehr gespannt was da rauskommt und wie viel da rauskommt und je nachdem wie viel da rauskommt mach ich mir dann halt ich kann mir auch neue feile machen gucken wir mal ich mach mir mal neuen boden titanium kaktus flint sind alles short bow ghostwood bow titan geil dass man das nicht lesen kann ich kann mir so zu sagen überall aus allem was machen platte wo stick flame string dark wood ghostwood frame string gut hallo habe ich das gezept jetzt wieder falsch gelesen aluminium mate aluminium ingot aluminium 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 drei ingots molten obsidian ok die hole ich mal so da raus die da so mal gucken was man damit so alles machen kann denn egal überhaupt definitiv das